Das Römische Reich eine blutige Herrschaft Folge 4 Rom in Flammen Kommodus kann den Kurs seiner Schwester zwar niederschlagen, tritt jedoch zurück. Während andere die Macht an sich reißen, ergeht er sich in einer Affäre. Die erste Szene greift das Ende der dritten Folge auf, als Kommodus das Kolosseum verlässt und Quintianus ihn angreift. Doch Kommodus bekommt rechtzeitig Hilfe und Quintianus wird eingesperrt. Der Autor der Historia Augusta formuliert den Vorgang folgendermaßen. Dieser Claudius Pompeianus trat, die blanke Waffe in der Hand, vor Kommodus hin. Und während er Gelegenheit zur Tat gehabt hätte, machte er seinem Herzen mit den Worten Luft, diese Waffe schickt dir der Senat. Auf solche Weise enthüllte der Einfallspinsel sein Vorhaben, dass er nicht durchzuführen vermochte, wie wohl er viele Gesinnungsgenossen hatte. Historia Augusta 1, 4, 3 Herodian beschreibt diese Szene ganz ähnlich. Im Kapitel 1, 8, 6 Sondern während er sich noch mit dem Vortrag seiner Worte aufhielt und den Dolch vorzeigte, wurde er von den Leibwächtern des Kaisers ergriffen und musste für seine Torheit büßen, sodass er nämlich seine Absichten vorher ankündigte, statt sie auszuführen. So ermöglichte er es, seinerseits entdeckt und ergriffen zu werden, für Kommodus aber die Lage zu erkennen und sich in Acht zu nehmen. Klärnder kommt im Folgenden in Kommodus gemächer und berichtet ihm, dass er und Sauteros beide im Bordell angegriffen worden seien. Er wird von Kommodus beauftragt herauszufinden, wer für Sauteros Tod und den Angriff gegen den Kaiser verantwortlich war. In der folgenden Szene nach dem Intro sieht man nun Kommodus, wie er sich nachts alleine betrinkt. Der Erzähler und Clifford Endew geben dem Zuschauer zu verstehen, dass Kommodus zutiefst betroffen durch die Geschehnisse ist und sich zunehmend isoliert fühlt. Diese Auslegung von Kommodus' Gefühlen bezieht sich auf folgende Passagen der antiken Autoren. Herodian schreibt, dass das Attentat der Grund gewesen sei, warum Kommodus den Senat hasste. Von nun an sah er alle Senatoren als Feinde an. Herodian 1, 8, 7 In der Historia Augusta 1, 4, 6 bis 8 ist außerdem nachzulesen, dass der Tod des Sauteros ihn zutiefst betrübte. Die Serie erzählt allerdings nicht, dass es noch weitere Anschlagspläne auf Kommodus gab, wie den des Perennis, Herodian 1, 9, 1 bis 9. Und den des Maternus. Herodian 1, 10, 1 Herodian beschreibt auch, wie sich Kommodus nach dem missglückten Anschlag des Maternus zunehmend von seinen Kaiserpflichten distanzierte, sich nur noch selten in der Öffentlichkeit zeigte und sich stattdessen auf seinen Landsitzen aufhielt. Herodian 1, 11, 5 In der Historia Augusta, Historia Augusta 1, 5, 1 ist zwar nachzulesen, dass sich Kommodus nach diesen Ereignissen zurückzog und die Regierungsgeschäfte dem Perennis überließ, aber an späterer Stelle, 1, 8, 2 bis 3, steht, dass Kommodus eine Verschwörung gegen sich selbst vorgetäuscht habe, um einen Grund für die vielen Hinrichtungen zu haben. In der nächsten Szene befindet sich Quintianus an den Armen aufgehängt in einer Zelle, allein mit Kleander, den er bittet, sein Leben zu verschonen. Kleander schneidet ihm die Zunge heraus und lässt ihn dann töten, um seine Spuren zu verwischen. Nun verrät Kleander Kommodus, dass noch eine Person involviert gewesen sei. Seine Schwester. Aaron Irwin verweist nur noch einmal auf die heikle Lage des Kaisers. Um zu regieren, brauchte man Vertraute. Doch wem konnte Kommodus vertrauen? Der Kaiser stellt Lucilla zur Rede. Er sagt, er habe ihr nichts getan, worauf sie antwortet, Du wurdest geboren, und von dem Moment, an dem du da warst, wurde ich zur Seite gedrängt, vergessen, in die Ehe verkauft. Alles nur für den wichtigen Kommodus. Kommodus sagt, dass er das alles nicht gewollt hat, und Lucilla antwortet, dass sie nie gefragt wurde, ob sie eine Frau sein will, ob sie zusehen will, wie ihr Vater der Tradition den Rücken kehrt, ob sie die Kontrolle über alles verlieren will. Als er erwidert, dass sie ihn töten lassen wollte, sagt Lucilla nur, Du nahmst mir das Leben, Bruder. Ich hielt es für fair, dasselbe von dir zu fordern. Kommodus verlässt ohne ein weiteres Wort den Raum. Nun meint Klärnder, dass Kommodus sich mehr um die Familie sorgen würde als sie. Er würde ihr Leben verschonen, aber ihre Zeit in Rom sei zu Ende. Lucilla erwidert nur noch, dass sie beeindruckt von Klärnder sei, womit sie wohl meint, wie er alle zu seinen Gunsten manipuliert hätte. Kommodus verbannt Lucilla auf die Insel Capri, doch dort wird sie von einem Soldaten erdrosselt. Jerry Turner erklärt, dass Kommodus sie hatte ermorden lassen, da es zu riskant gewesen wäre, ein Familienmitglied am Leben zu lassen, das Verrat geübt hat. Vergleiche dazu Historia Augusta 1.5.7 und Herodian 1.8.8 Nach einer sehr peinlichen Untersuchung seiten des Perennius brachte Kommodus seine eigene Schwester um, sowie schonungslos alle, die in die Verschwörung verstricht waren oder die auch nur mit beliebigen Verdächtigungen angezeigt wurden. Nach dem Tod seiner Schwester distanziert sich Kommodus von der Macht und Klärnder wird nun sein engster Vertrauter. Dieser redet ihm ein, dass es noch mehr Verräter gäbe, die wieder einen Anschlag wagen würden, wenn Kommodus nichts unternehme. Dieser stimmt ihm zu, dass keine Schwäche mehr gezeigt werden dürfe und Klärnder bietet sich an, die Dinge zu regeln. Aaron Irwin meint dazu, dies sei Kommodus' größtes Problem. Er ist leicht zu manipulieren. Statt als Kaiser andere zu führen, wird er selbst geführt. Die nächste Szene ist sehr kurz. Sie zeigt Kommodus, der sich nachts betrinkt. Crispina sorgt sich um ihn und will ihn trösten, doch er wirft ihr vor, dass sie ihm noch keinen Sohn geschenkt hat. In der nächsten Szene spricht Cory Brennan nun wieder über Klärnder. Um Kommodus' Rolle als Kaiser zu verstehen, ist Klärnder einer der Schlüsselfiguren. Klärnder war der zweite Freigelassene, in den Kommodus' großes Vertrauen setzte. Und Kommodus hatte zu dieser Zeit kein Interesse an ernsthafter Regierungsarbeit. Dadurch hatte Klärnder freie Hand, sich selbst zu bereichern. Vergleiche Herodian 1, 12, 3. Es gab einen gewissen Klärnder, einen phrygischen Sklaven, wie sie gewöhnlich von Staats wegen durch einen Herold versteigert werden. Dieser war unter Marc Aurel ins Kaiserhaus gelangt und mit Kommodus zusammen bis zu solcher Ehren- und Machtposition unter ihm als Kaiser emporgestiegen, dass er dessen persönliche Leibwache, das Amt des Kammerdieners und die Befehlsgewalt der Praetorianer in seiner Hand vereinigte. Sein Reichtum und sein Wohlleben erweckten in ihm sogar das Verlangen nach dem Kaisertum. Entschlossen, die Gunst des römischen Volkes zu gewinnen und sein Vermögen zu mehren, beginnt Klärnder, hohe Positionen im Reich zu verkaufen, angefangen bei Sitzen im römischen Senat. Er sichert sich also die Loyalität des Senats, indem er Sitze an Verbündete verkauft. Der Erzähler, Tom Holland und Jerry Toner, geben nun Erklärungen über die Bedeutung, die Entstehung und den Zugang zum Senat. Da er sich nun der Unterstützung des Senats sicher ist, braucht Klärnder noch die Unterstützung des Volkes. Und um diese zu gewinnen, versucht er dessen Abhängigkeit über die Nahrungsversorgung zu steuern. Jerry Toner informiert an dieser Stelle kurz über die Versorgung der Stadt Rom. Der Erzähler berichtet, dass die Mächtigen in Rom Verknappung der Nahrungsmittel benutzen, um die Unterschicht zu kontrollieren. Und genau dies versucht Klärnder nun auch. Er will eine Hungersnot provozieren und dann als Retter dastehen. Cassius Dio, 73, 13, 1, spricht in seinem Werk über Papyrius Dionysius. Dieser war durch Klärnder zum Getreidepräfekten aufgestiegen. Allerdings wurde er im selben Jahr auf Geheiß des Kommodus hingerichtet. Bei Herodian 1, 12, 3 bis 4 lässt sich folgendes nachlesen. Klärnders Reichtum und sein Wohlleben erweckten in ihm sogar das Verlangen nach dem Kaisertum. Er häufte Geld auf, kaufte große Vorräte an Getreide und unterband dessen Verteilung in der Hoffnung, das Volk und das Militär so für sich zu gewinnen, wenn er sie erst in einen Mangel an Nahrung versetzte und dann, wenn sie das dringende Bedürfnis nach Lebensmittel verspürten, durch großartige Schenkungen für sich gewinne. Kommodus kehrt nun zu seinem leichtfertigen Lebenswandel zurück. Die Palastsklavin Marzia wird seine persönliche Dienerin und Mätresse. Tom Holland meint, natürlich benutzte ein Kaiser, wen er wollte. Wichtig war nur, dass diese nicht die Stellung eines Bürgers hatten. In der Historia Augusta wird erwähnt, dass sich der Kaiser in Marzia verliebte. 1, 11, 9 David Levine meint, es gab die Regel, dass jeder Römer eine Konkubine haben durfte. Das Konkubinat war ein persönlicher Status im römischen Recht, doch für einen Kaiser war es ungewöhnlich, so offen damit umzugehen, wie Kommodus mit Marzia. Die Netflix-Serie zeigt, dass Marzia mit Eklektus verheiratet war. In Wirklichkeit heirateten die beiden erst nach Kommodus Tod. Cassus Dio, 73, 4, 6 Nun lebte eine gewisse Marzia, Nebenfrau des Quadratus, eines der damaligen Opfer, und dessen Kammerherr Eklektus. Der Letztere wurde auch Kammerherr bei Kommodus, sie dessen Nebenfrau, und späterhin Gattin des Eklektus. In der Folgeszene erklärt Kommodus Crispina ohne Umschweife, dass er sie auf ihren Landsitz schicken wird, angeblich, damit sie vor der Pest sicher sei. Herodian berichtet hiervon nicht, Allerdings beschreibt er, dass sich Kommodus einige Zeit wegen des Pestausbruchs in Rom nach Laurentum zurückzog. 1, 12, 1 bis 2 Crispina will Marzia mitnehmen, doch Kommodus befiehlt, dass diese bei ihm bleibt. Der Erzähler erläutert, dass der Kaiser Crispina nach Capri schickt, ohne Aussicht auf Wiederkehr, weil sie ihn enttäuscht hat, indem sie ihm keinen Thronfolger gebar. Cassius Dio, 73, 4, 6 und der Autor der Historia Augusta, 1, 5, 9, berichten jedoch, dass er Crispina verbannte und schließlich umbringen ließ, da er sie beim Ehebruch ertappt hatte. In der Serie konfrontiert der Senator Cassius Dio nun Cleander. Alle Lieferungen aus Alexandria wurden gestoppt, aber niemand weiß wieso. Cleander lässt durchblicken, dass er dem Kaiser von der Getreideknappheit nichts gesagt hat. Aber der Hunger ist nun mal der Nährboden der Pest. Jetzt versteht man auch als Zuschauer, warum Kommodus zuvor zu Crispina von der Pest gesprochen hat. Das war nämlich vorher nicht klar. In ganz Rom werden Tausende krank und als Unruhen in der ganzen Stadt ausbrechen, erreicht die Nachricht vom hungernden Volk schließlich auch den Palast. Kommodus will von Cleander wissen, was es mit der Hungersnot auf sich hat. Er solle die Subventionen verdoppeln, damit das Volk ernährt werden kann. Cleander verspricht ihm zwar, sich darum zu kümmern, doch er will immer noch seinen eigenen Plan umsetzen. Da Kommodus seinen Verpflichtungen aus dem Weg geht und sich lieber mit Marcia vergnügt, vertraut er auf Cleander, weshalb ihm das Schicksal seiner Stadt entgeht. Die Straßen Roms versinken im Chaos. Die Bürger schreiben ihren Frust als Graffiti von der Seele. Als Cleander zu diesem Graffiti kommt, um sie zu lesen, stürzt sich der wütende Mob auf ihn. Er flüchtet in den Palast und bittet Kommodus um Schutz. Der Angriff durch das Volk auf Cleander trug sich im Jahr 189 nach Christus zu. Laut Cassius Dio, 73, 13, 1-5, wollte Papirius Dionysius, der mit der Getreideversorgung beauftragt war und die Hungersnot in Rom noch schlimmer gemacht hatte, den bereits vorhandenen Zorn des Volkes auf Cleander nutzen, um diesen aus dem Weg zu räumen. Als Cleander gerade Zuschauer bei einem Pferderennen war, stürmten Kinder in den Zirkus und begannen ihn wild zu beschimpfen. Diese Wut nahmen die anderen Zuschauer auf und drängten bis zum Kaiser vor, um ihrem Frust Luft zu machen. Dieser hatte bis zu diesem Zeitpunkt von diesen Geschehnissen nichts gewusst. In der Historia Augusta hingegen ist ganz anderes über Cleander nachzulesen. 1, 7, 1. Sein verdientes Ende hätte er gefunden, als nach der durch Cleander verursachten Tötung des Arius Antoninus das Volk so getobt hätte, dass Commodus ihn dem Pöbel zur Sühne ausgeliefert hätte. Die Darstellung der Serie folgt hierbei allerdings wieder der Schilderung Herodians, 1, 12, 5, der berichtet, Die Römer aber empfanden Feindseligkeit gegen ihn, gaben ihm die Schuld an der Hungersnot und hassten ihn wegen der Unersättlichkeit seiner Geldgier. Zunächst nun rotteten sie sich im Theater zusammen und beschimpften ihn. Und zuletzt, während sich Commodus unweiter Stadt aufhielt, liefen sie in Scharen schreiend zu ihm hin und verlangten Cleanders Hinrichtung. Weiters berichtet Herodian, dass sich Cleander versuchte, gegen den wütenden Mob zu wehren, indem er die kaiserlichen Reitertruppen gegen die Menschen schickte. Die Serie greift außerdem von den antiken Autoren auf, dass Commodus nichts von dem Verbrechen Cleanders wusste und nicht versteht, warum das Volk dessen tot will. Er fordert Cleander nun auf, ihm zu verraten, was er getan hat. Damit endet die vierte Folge. Folge 4 Vergleich mit anderen Medien Der Untergang des Römischen Reiches In diesem Film versucht Lucilla Livius dazu zu überreden, sich gegen Commodus zu erheben. Dies geschieht allerdings erst am Ende des Films. Zuvor gibt es jedoch eine Szene, in der sie nach Rom zurückkehrt, um mit Commodus zu reden, weil die Ostprovinzen unter der Steuerlast leiden. Es kommt zu folgendem Dialog. Commodus sagt, ich bin jetzt Cäsar, falls du es vergessen hast. Ich tue, was ich für richtig halte. Lucilla antwortet, ach, und was hältst du für richtig? Ich weiß bis jetzt nur eins, zu verderben und zu zerstören, was unser Vater aufgebaut hat. Commodus antwortet, du warst immer gegen mich. Was habe ich dir getan? Und Lucilla meint, es geht darum, was du jetzt tust. Hier gibt es also eine Parallele zur Netflix-Serie. Commodus fragt Lucilla, was er ihr getan hat. Während Lucilla im Film jedoch damit argumentiert, dass er nun zu hart regiert und das Volk ausbeutet, möchte Lucilla in der Serie Commodus aus dem Weg räumen, weil er ihre Stellung untergräbt und nicht, weil er schlecht regiert. In einer späteren Szene im Film, als Commodus zunehmend wahnsinnig wird, greift Lucilla nach einem Dolch, um Commodus zu ermorden, doch sie kann es nicht über sich bringen. Gladiator Auch im Film Gladiator verbindet sich Lucilla mit dem Helden des Films Maximus, um Commodus schlussendlich umzubringen. Doch in beiden Filmen handelt Lucilla so, weil Commodus durch und durch böse ist und ihre Liebsten bedroht. Ebenso überlebt Lucilla in den Filmen, während sie in den Dokumentationen, wie auch von den antiken Autoren geschildert, von Commodus ermordet wird. Während im Film der Untergang des Römischen Reiches nur Lucilla und Livius sich gegen den Kaiser verschwören, kommt in Gladiator der Senator Gracchus hinzu. Ja, hallo! Euch wird aufgefallen sein, dass diese Folge jetzt viel kürzer war als die anderen Folgen. Und ich glaube, das liegt daran, dass jetzt, ich meine, die Serie hat ja sechs Folgen, und das jetzt so bei der Hälfte dargestellt werden sollte, wie das langsam kippt, das Verhältnis. Und zwar, welches Verhältnis? Also, dass Commodus ja bis jetzt immer in anderen Medien und bei den Antiken Autoren als wahnsinniger Herrscher, machtgieriger, blutrunstiger Herrscher dargestellt worden ist, hier in dieser Serie noch nicht. Und jetzt müssen sie das ja irgendwie so zum Kippen bringen. Also, natürlich auch diesen Kontrollverlust dann zeigen, diesen Irrsinn, der jetzt da plötzlich kommt. Und ich glaube, die vierte Folge haben sie dafür genutzt, jetzt einfach zu zeigen, dass Commodus niemandem mehr vertrauen kann. Er bleibt jetzt da immer bei seiner Konkubine lieber, statt zu herrschen. Er hat jetzt eben Kleander auch noch verloren. Das Volk ist wütend, die Pest ist in Rom. Also, alles geht jetzt langsam schief. Und wie sich das jetzt weiterentwickelt, werden wir dann auch in den nächsten Folgen sehen. Warum die jetzt eben viel kürzer war, eben weil das ja eine viel emotionalere Sache jetzt also war. Also, die Produzenten der Serie haben offensichtlich Wert draufgelegt, eben jetzt genau das zu zeigen. in langsamen, dramatischen Szenen, wie es Commodus dabei geht bei diesen ganzen Dingen. Sie haben sich auf Kleander fokussiert und deswegen gab es bei dem Vergleich mit den anderen Darstellungen jetzt auch nicht so viel, was ich sagen konnte, denn Kleander kommt ja gar nicht so viel in den anderen Darstellungen vor und Marzia auch nicht. Und deswegen schaut es da schon ein bisschen anders aus, weil ja vor allem bei den anderen medialen Darstellungen Commodus von Anfang an negativ und wahnsinnig dargestellt wird. Hier gibt es aber ja eine Änderung, eine Umkehr. In der nächsten Folge werden wir dann eben sehen, wie sich das auswirkt und wie Commodus denn jetzt auch endlich anfängt, so diese Gladiatoren-Spiele, also sich dafür zu interessieren und da selber aktiv teilzunehmen, für das ist ja Commodus auch bekannt, wenn man zum Beispiel an Gladiator denkt. Ich hoffe, ihr seid jetzt auch bei der nächsten Folge dabei. Zwei habt ihr noch vor euch, die fünfte und die sechste Episode und dann ist diese Serie eh schon vorbei und auch meine Masterarbeit somit fertig analysiert und ich freue mich natürlich, wenn ihr auch bei den letzten zwei Folgen noch dabei seid. Bis dann, liebe Grüße, macht es gut.